Das ist ganz wichtig, das ist ein Medi-Wall. Ja, genau, ein Kult. Ja, das ist selber, das Mann, das Mann, der hat. Ah, ich brauche, wenn ich das, John Lennon. Das ist die Inspiration. Ja, das ist nicht die Inspiration, das ist diese, aber mit einer Anekdota. Ja, ja. Ja, das Ganze ist ja wirklich als Auslöser durch den Tod von John Lennon im September 2, 1980, ausgelöst worden, also die Idee. Aber der Kult ohne Kult ist ja auch ein Symbol in den Kult, die Freiheit für den Waffenbesitz, also ein Symbol ist entfremdet worden und selber zu einem Symbol geworden. Das ist ganz surrealistisch. Ja, das surrealistische ist natürlich der Fall.